Untertitelung. BR 2018 Den knallharten Wachhund. Ich zähle jetzt bis 10 und wenn ihr bis dahin nicht von meinem Trecker verschwunden seid, dann lernt ihr mich kennen. Ob der Kerl wirklich bis 10 zählen kann? Act Bad, den Klugscheißer. Könnt ihr mich vielleicht ein Stück geäht? Ich bin Mambo di Mango, internationaler Schaumann aus Afrika. Und diese exotische Kreatur, vier echte Superhelden. Ich bin Special Agent Marnie Sunshine. Ich ermittle im Fall diese Heinbruch-Serie. Das ist doch lächerlich. Die gestohlenen Bilder aus der Heinbruch-Serie. Was zum... Ich hab dich angepickt. Du Idiot. Hier ist reichlich. Schöner sind was für Spieße. Marnie. Das ist die Bande. Haut neben den Kopf. Meine Marnie ist auch so helflos. Kann ich mit euch kuscheln? Kommt gar nicht in Frage. Denk nicht mal dran. Das war knapp. Oh! Hallo, Elbis! Du bist kein Special Agent. Du bist nur ein durchgeknalltes Hauskätzchen, das zu viele Krimis geguckt hat. Zeit für Farmer Hensons Hühnersuppe. Eure Nominierungen bitte. Wieso kann unser Farmer nicht selbst bestimmen, wer von euch im Topf landet? Machen wir es kurz. Wer ist für Egbert? Die Sagenhaften 4. Demnächst im Kino. Die Sagenhaften 4. Demnächst im Kino.